So und hier ist wieder Games4GamersTV, Cobra und Stummi wieder dabei und nun gibt es das Kapitel 2 der Episode 4. Ja, endlich! Ich möchte nochmal festhalten, dass wir jetzt schon wieder hier sind, also das glaube ich nicht. Oder? Ja. Immer ehrlich. Jetzt sind wir schon wieder hier. Ja, tatsächlich. Ich habe auch nicht das falsche Kapitel ausgewählt. Sicher? Ja. Oh, da kommen irgendwelche komische Viecher zu dir gelaufen. Vielleicht ein kleiner Hyperraumspalt. Jetzt ist er weg. Oh, da kommen einige. Oh Gott. Da ist ja richtig was los. Ach du ahnst das nicht. Ach. Hier. Oh, die werden unsichtbar. Ja. Ja, ja. Oh Gott. Bleib mal da irgendwie in Deckung, ich komme gleich wieder. Bist du da? Ja, jetzt bin ich wieder da. Bist du da? Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, den habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe mich mal gekonnt aufgelöst. Oh, die Geschütze da zerstören. So, zwei sind weg. Das war am Himmel die Erweiterung von dieser Drohne bei Black Ops 2 oder was? Ja, das könnte ähnlich, ne? Auf jeden Fall. Oh. Oh. Da ist eine seltsame Energiesignatur. Clemson, schauen Sie mal nach. Nachschauen. Alle weg. Ja, alles ist abgeschaltet. Jetzt können wir hier rüber fliegen, oder? Kommander, Majestic sagt, Sie hätten was gefunden. Was haben Sie, Majestic? Bronteeren. Die alles sind nicht einfach verschwunden. Ich glaube, Sie haben sich teleportiert. Das könnte ein Transitsystem sein, und Crimsons Anlage könnte auch dazu gehören. Ein Transitsystem würde die Hyperraum-Signale erklären. Die Systeme sind im Eimer, aber wir haben ein paar Koordinaten. Ich übertrage sie ans Forschungsteam. Hm. Wir verfolgen jeden. Wo geht's hin? Ja, da hinten, ne? Komm, beim Fliegen mal eine Runde. Fly away. Oh, da ist ein Fahrzeug. Frei sogar. Ja, und irgendwas passiert hier. Ah, hier. Ja, steigen wir doch mal auf so'n Ding, oder? Ja, ich fahr'n. Huhuhuhu. Oh, meine Waffe ist überhitzt. Ah, jetzt geht's. Zack. Mist da, ich löse mich mal eben auf, ist gerade verschwunden. Ach, diese Viecher können die Dinger heilen, ne? Okay. Über die Luft einhalten, ne? Ne? cool. Jawoll. wo noch da oben da kommt jetzt auch ein kleines fahrzeug raus kann ich gar nicht schießen jetzt wieder und Oh, den hat es zerlegt. Bin ich mal ein bisschen durchgefahren. Oh, jetzt habe ich mich aber aufgelöst. Der hat mich genau erwischt. Ich auch, scheiße. Ich rette dich. Oh, hey, hallo. Bye, bye. Die Waffe ist gar nicht so verkehrt von denen. Na, kommt der her. Wo lümbelst du denn jetzt schon wieder rum eigentlich? Hier, bei dir. Komm. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war's für heute. Da kommt noch mehr. Das wär ja mal ne Überraschung. Oh. Oh, war sie denn da? Jo, noch ein Fahrzeug. Oh mein Gott. Jo, hab mich erwischt. Au Mann. Und mich auch, nachdem ich raufgesprungen bin. So ein Schein. Dann lass uns mal hier so'n Fahrzeug wieder schnappen. Allerdings. So, hier das hier. Ja. Weck gelutscht. Alle weg. Sieht aus, als wäre die Systeme hier noch einsatzfähig. Können Sie die Koordinaten von Majestic eingeben? Ich denke schon. Crimson, ich markiere Ihnen die entsprechenden Regler. Ja, markier mal, los, komm. Jawohl. Zack. Eins, zwei, drei. Jawohl. So. Da geschieht was. Oh, na nü. Was passiert hier? Das ist bestimmt ein Portal in eine fremde Dimension. So, wie der von vorhin. Jetzt haben die sogar Portale. Fantastisch. Crimson, gehen Sie durch und sehen Sie nach, wohin es führt. Wir finden Sie schon wieder. Dafür brauche ich jemanden Katapult. Jo. Bam. Weg. Was ist jetzt los? Kapitel abgeschlossen. Jeha.